Schönen bist du bei BibiCookinesi. Diesmal gibt es einen Schweizer Dessert-Klassiker. Und zwar Brönti-Creme oder auch Caramel-Creme genannt. Und ich zeige dir eine total einfache Variante. Diese hat nur vier Zutaten. Und welche das sind, das zeige ich dir jetzt. Das sind Zutaten für vier kleine Portionen. Wobei bei diesem Dessert kleine Portionen wirklich länge. Hier brauchen wir 250g ungekühlte Chemik. 100g Zucker. 3 Esslöffel Wasser. Und dann nochmal 1,5 Dezilliter Wasser separat. Und 1 Dezilliter geschlagene Vorrang. Als erstes kommt der Zucker mit 3 Esslöffel Wasser in die Pfanne. Und dann geben wir gleich richtig Gas. Und das Ganze auf höchster Stufe aufkochen. Dabei nie rühren, sondern nur ab und zu pfangen ein bisschen in die Pfanne. Und die Mischung so lange kochen, bis sie eine goldbraune Farbe angenommen hat. Das ist nicht karamellisiert, aber Achtung, sie darf ja auch nicht verbrennen. Sobald die Mischung braun ist, nehmen wir sie vom Kochfeld. Jetzt kommen gleich die 1,5 Dezilliter Wasser dazu. Achtung, aufpassen, es spritzt. Und das Ganze wird jetzt auf kleiner Hitze weiter geköchelt, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Und dann können wir den Karamellsirup auskühlen. So, und jetzt müssen wir nur noch das Onkyo de Kimi glatt rühren. Danach kommt der Karamellsirup dazu. Ebenfalls gut einrühren. Und die Mischung 2 Stunden im Kühlschrank kühlen lassen. Etwa eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor dem Servieren, nehmen wir die Mischung raus. Und die ist jetzt recht fest geworden. Darum die nochmal gut schlagen mit dem Schwingbesser, bis es keine Stücke mehr hat. Und den Vorrahm drunter ziehen. In Schälen abfüllen. Dekorieren. Und fertig. Mmh. Richtig, richtig gut. Fast wie geschmoltene Caramelltafel. Zu einer Creme verarbeitet. Einfach wunderbar. Wenn ihr die genauen Mengen angaben und das Rezept noch einmal sehen wollt, einfach in die Infobox klicken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass. Einen guten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.